Hallöchen Leute und Willkommen bei meinem neuen Wii U Projekt und zwar wir spielen Nintendoland. Ah beim letzten Mal bzw ich habe schon ein bisschen angefangen mich ein bisschen umzusehen und ein zwei Spiele getestet mit meinem Kumpel. So wie ihr schon seht das Donkey Kong Spielchen oder was ist sechs mal dann 3 2 2 2 Aber alles schonmal ein bisschen, zumindest nicht alles, ein paar Spiele ein bisschen angetestet. Und ja wenn ihr das mal seht da macht nicht gut Hub oder das Bild einen Fehler. Das ist wenn ich mein Gamepad dreh. Ja ich würde sagen wir spielen Donkeys Crash Girls Mal gleich als erstes. Das ist ein sehr interessantes Spiel. Das ist ein sehr interessantes Spiel. Ok. So wir müssen ein bisschen runter ins Spiel kommen. Bei diesem Spiel bewegst du dich indem du das Gamepad nach links oder rechts neigst. Dein Ziel ist es den ganzen Parcours unbeschadet zu überstehen. Wenn du zu schnell auf ein Hindernis triffst oder auf den Kopf fällst verlierst du einen Versuch. Lass uns nun mit einem kleinen Übungslauf beginnen. Ne den Übungslauf auf den habe ich echt keine Lust. Wir fangen gleich richtig an. Schau auf das Gamepad. Ja das sagt mir jetzt gerade dass ich es aufrechthalten soll. Und los gehts. So wie ist denn das Bild? Sollte man vielleicht schaffen? Ein bisschen größer mal. So damit ihr mir auch richtig zuschauen könntet. Also bis da runter da ist das Ziel. So dann fangen wir mal an. Und nach links. Und nach rechts. Und links. Ah genau. Hop hop. Puschen. Und kippen. Kippen. Langsam bisschen. Und wieder zurück. Und hop. Ähm. Vordrücken. Hop. Hop. Puschen. Puschen. Puschen in das Mikro. Ist Gamepad. Ähm. 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 So. Puschen. Ähm. Oh hier müssen wir. Oh. Puschen. Puschen. Verfeil. So. Puschen. Hier wird's nochmal. Puschen. 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 Ok, das wär ja auch schon geschafft. Nächster Zwischenspeierpunkt. So, jetzt müssen wir drehen, damit wir die Plattform ausziehen. Und dann hier rüber, in diese Plattform rein und wieder in den Rechenscheu drehen. Und dann rein können wir auf. Au. Ja, mein Kopf läuft irgendwo da unten. Ok, auf eine neue. Wir haben noch, ähm, letzter Versuch, glaub ich sogar. Ähm, hüpp, 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 ähm, rüber. Langsam lang. Der nächste Zwischenspeicher. Hier runter. Der nächste Zwischenspeicher. Und dann, wo, rechts, Bananen und alle hüpp. Ah, links auch noch kurz hier. Langsam. Oh, hier muss ich wieder jumpen. Das war wohl zu langsam. Na, 1325 Punkte. Ja, gar nicht mal so schlecht. Persönliche Rekordbrasse. Ok. Das funktioniert bestimmt auch besser. So, weiter. Was für 2.000 gesammelte Punkte herst du ein zusätzliches Leben. Ah, ok. Willkommen bei Donkey Kongs Crashkurs. Ok, das zeichnen wir jetzt gleich nochmal. Ich hoffe, dass diesmal keine Fails mehr drin sind. Ziemlich also, dass ich vielleicht mal das Ziel erreiche. So, halt, ich mach das Bild ein bisschen größer. So, hier durch. Anfangen müssen wir ganz einfach. So, und hier. Wow. Eure Wanker. Am Tor. Oh. Arrl. Arrl. Nummer... Alter, ich muss wieder ein bisschen Gas geben. Oh, das war Glück. das war dann wirklich merkwürdig abgestattet dann wieder am Rädchen drehen hier am Rad drehen ach toll nach rechts bitte weiter nach rechts noch ein Stückchen das muss man auch mal wieder drückthalten so, nächster Zwischenspeicher und wir haben noch 4 Leben vorhin hat man ja eindeutig weniger Leben ähm dann haben wir einen Anschlag und beide können hier auch so nichts dann haben wir auch einen Anschlag oben, oh ich muss die ganzen Bonanen mitnehmen und jetzt haben wir einen Rückblingskirbel langsam, oh hier muss es wieder diesmal hat es geklappt hier und hier und hier drücke L drücke L drücke L drücke L drücke L L L mal wieder klick 0 was halte dir von dem Spiel Nein, viel vorbei. 1929 Punkte. Mann, oh Mann, bin ich halt schlecht. Ja, was soll's? Neuer persönlicher Rekord. Silbertrophäe erhalten. Weiter. Also, auf ein neues. Ich will es endlich mal schaffen, bis zu Prozessen da runterkommen. Also, ich kann's euch mal sagen, wie weit ich schon mal war. Und zwar, ich war da ganz rechts unten. Wo man so mit dem... Ja, da rechts unten war ich. Also, da hätte nicht mehr viel gefehlt, dann wäre ich durch gewesen. Okay, wir beginnen. Oh, rechts, links, rechts. Und... Ja, nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Damit wir es wenigstens wieder schnell bis dorthin schaffen, wo ich gerade eben schon war. Und... ...durch die Plattform... ...und dann wollen wir hier... ...und dann hier... ...und dann hier der Zwischenschweiger. Da waren wir ja gerade vorhin... ...auch schon mal. Hepp, hepp, hepp... ...hepp, mal drüben... ...nächstes Zwischenschweiger. Oh, hier muss ich wieder springen. Höpp, höpp, höpp. Ah, von den Punkten her bin ich diesmal definitiv besser wie vorhin. Da habe ich geklärt, dass ich schneller war. Komm, Stützchen noch. Hoch. So, auf die Plattform warten. Und runter mit der Plattform. Und der nächste Zwischenschweiger. Oh, was ist das? Ah, jetzt... ...so... ...halt... ...über... ...diese Richtung... ...die Plattform drauf... ...hier rüber... ...und... ...ja, ich glaube, ich bin jetzt soweit. ...ich... ...im letzten Mal schon mal... ...jawoll. Und dann hier, wie war das? Und dann hier. Hopp. So, da ist Donkey. Halt langsam mit Gefühl... ...hier durch. Na, unten ist unsere Prinzessin... ...oder was sagen wir... ...nein. Oh. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Langsam hin bisschen. Nein, hier... ...hier haut es mich immer runter. Ich werde jetzt wohl noch das letzte Stückchen hier schaffen. ...hier. Und? Nein! Oh, nein! So langsam habe ich es hier... ...wann die Versuche knapp. Wie meine ich das am besten? Okay, so nicht. Ähm... ...ja... ...letzter Versuch... ...nein! Gut vorm Ziel! Nein, das gibt's doch nicht, Leute! Nein! So. Aber ich gebe mich nicht geschlagen. Einen Speedrun. Machen wir jetzt noch kurz. So, wenn ich jetzt kurz ein bisschen leiser... ...dann bin ich jetzt kurz ein bisschen leiser... ...dann bin ich jetzt kurz ein bisschen leiser... ...warte ich mal jetzt... ...das Bild ein bisschen größer... ...dann bin ich jetzt kurz ein bisschen... ...ja... 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 ...da... ...dann bin ich jetzt mal überschlagen... los 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 losaron hammer die durchsätze dass sie nicht zurücksetzen kann ich dann zur letzten flagge Loooos, am Rad drehen! So, 1350, aber hier hatten wir vor allem eindeutig mehr, oder? Ah, hier muss ich überspringen! Hier runter, hier runter! Oh je! Ja, hier hatte ich da vorne 100 Punkte mehr! Aber was will ich schon mit den 100 Punkten, wenn ich es diesmal ganz schaffe? Nein! Mann! Leute! Ja, da war ich zu langsam mit Y drücken! So, jetzt aber! Y, äh, L, L loslassen, L drücken, failen! Nein! Jetzt will ich mal was testen! Und zwar... Nein! Funktioniert doch bestimmt! Klar funktioniert das! Ähm, so ging's! Dann hier runter, hier rüber! Umdrehen wieder auf das! Das runterlassen! So! Und jetzt... Rüber! Und jetzt haben wir wieder die lustige Sprung-Einlage! Das ist alles sehr nice gemacht mit der Sprung-Einlage! Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt... Wie? Aber ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Parcours geschafft! aber trotzdem nur Silber naja jo dieses Spielchen beenden ja Leute das war's dann nein mein Glückwunsch du bist zum Star in dieser Attraktion geworden zum Star geworden ich habe etwas für dich Moni Moni ich habe meine Augen wirklich geschlossen hier ist ein glänzender Stern für dich ich habe im Antoine Attraktion aufgehängt wo ist dein Glänzender Stein? ich habe mich auch an den anderen Attraktionen ja warte ich tun ja Leute das war's mit dem ersten Part von nintendo land genau nintendo land spielen wir oh hier ist eine Kiste los auf die Kiste ein Koopa ja Leute das war's mit dem ersten Part von nintendo land wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und werden dann im nächsten Spiel weitermachen ich weiß nicht wer es mal spielen schauen wir mal aber in dem Sinne dann bis zum nächsten mal und ciao ciao